Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch bei einer neuen Folge Brave Frontier. Wir sind hier gerade im Menü, aber vor allen Dingen gibt es ein bisschen was zu erzählen. Und zwar das erste, am 28.12. werde ich streamen. Da habe ich schon heute auf Facebook einen Post gemacht, der für euch die meisten von euch wichtig sein dürfte. Denn dann kommt die Gruppe um Shira raus. Shira, ihr wisst schon, die kleine Dame, die man hier unten in der Ecke sieht, die so unheimlich gut als Damage Mitigation ein ist. Außerdem kommt noch die Feuer- und die Wassereinheit an dem Tag raus. Und ja, ich werde dort streamen und die Beschwörungen im Stream machen. Also, wer mich beschwören sehen will, dann einschalten. Wird wahrscheinlich so zwischen 15 und 17 Uhr losgehen. Die genaue Zeit weiß ich noch nicht. Ich werde mir da am Anfang natürlich erstmal ein bisschen Zeit lassen, damit ihr das Ganze halt auch alle mitbekommt. Ich werde auch ein kleines Infovideo auf Facebook, äh, auf, äh, hier auf YouTube raushauen und das Ganze wahrscheinlich auch auf Facebook posten, sodass das eigentlich jeder mitbekommen sollte, dass das da losgeht. Ähm, ja, wer, dachte mir, das ist diesmal eine ganz coole Idee, das auf Facebook, äh, das am Stream zu machen. Denn ich werde von der Play-to-Play-Challenge ein Video machen, wo ich versuche, für die zu beschwören. Da hat, gab's den, oh, gab's von, äh, ich weiß gar nicht, von Manic Man oder sowas den Einwand. Ähm, er findet's gut, wenn ich alle Beschwörungen dafür mache, weil die ist halt stark genug. Aber ich soll doch bitte nicht dafür Gems kaufen, weil das der, der Idee der Challenge widerspricht und dann kann ich ihm zustimmen. Das ist, ah, ja, ich hatte da was recht, ja. Deswegen werde ich versuchen, bis dahin noch so viel wie möglich Gems so zu sammeln und dann ein Video daraus machen, wo ich beschwöre, sodass ihr dann immer noch ein Video mit Beschwörungen bekommt. Ähm, was hoffentlich cool genug ist. Und werden aber dann, wie gesagt, am 28. streamen. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele von euch einschalten. Das wäre ziemlich cool, dass man sich da dann sieht. Ähm, ja, ansonsten, es gibt bis dahin hier noch Licht und Dunkel. Heute, wenn ich das aufnehme, ist gerade Licht dran. Wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich gerade dunkel. Außer ihr guckt es früh genug am Morgen, da ist vielleicht auch noch liegt dran. Pro Tipp, beschwört nicht dafür. Wartet bis zum 28. Nachmittag, 16 Uhr, werden da die neuen Einheiten kommen. Ihr möchtet für die beschwören, und zwar für teilen Bedingungen. Mit dem, was wir wissen, wie stark die sind und was danach so kommen wird, wollt ihr für die beschwören. Gibt's keine Argumentation drumherum. Das sind die Einheiten, die ihr als nächstes haben wollt. Ähm, ich hab doch schon Fragen gefragt. Hier bei den Lichteinheiten ist ja Lilith dabei. Lilly dabei. Lilith, Lilith. Äh, soll ich nicht vielleicht für die beschwören? Ich hab noch keine Einheiten, die das kann. Ja, die hast du vielleicht noch nicht. Aber die Chance, sie sicher zu bekommen, ist jetzt auch nicht so. Es ist nur eine garantierte Lichteinheit. Nicht garantiert, dass man sie bekommt. Ähm, dafür ist es bei den neuen Einheiten am 28. die Feuereinheit dabei, die den gleichen unendlichen SBB hat und deutlich bessere Stats. Also offensichtlich die deutlich bessere Einheit, die man haben möchte. Eigentlich recht selbst erklärt, aber... Äh, dementsprechend beschwört dafür. Sammelt euch dafür Gems. Wie ihr seht, hab ich auch schon einige bereitgelegt. Ansonsten hab ich in den letzten Tagen vor allen Dingen, äh, an Sphären gearbeitet. In dem Sinne, dass ich mir die erste Halloween-Sphäre, äh, Halloween-Sphäre, sag ich schon, die Weihnachts-Sphäre zusammen gemacht hab. Ja, das Beschwören hier dauert ewig. Äh, das Beschwören, das Scrollen, oh Gott, wo ist mein Kopf denn gerade? Ganz hier runter zu kommt da, uh, das Stück. Und drüb, 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 drüb. Drüb, 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 drüb. Wir haben sie natürlich wieder ganz so... Oh ja, ich hab einen Frozen Myth schon. Und ich muss sagen, da, äh, danach die Diskussion kommt von mir, du sagst doch, die Dinger sind kacke, warum machst du denn so die, du sie dir? Der Seiteneffekt von dem ist kacke, weil Add Chance for BB Gorg Boost when it damaged, eine, äh, 30% Chance auf 0 bis 1 Brave Kristall dazu, was aus den Daten bisher hervorgeht, das ist nicht viel, ja klar, das ist ein scheiß Effekt, aber, trotzdem sind das HP und Attack plus 20 und Death und Drag plus 30. Das ist immer noch besser als ein Meduller-Jam. Das heißt, für all diejenigen unter euch, die noch keinen Meduller-Jam haben, oder sagen wir so, für all diejenigen unter euch, die noch nicht in Leg-Oans schwimmen und dementsprechend sich noch Medullers verwenden, ist Frozen Myth einfach besser, weil es ist neben dem gleichen HP und, äh, Attack-Boost immer noch ein höherer Death-On-Recovery-Boost. Und ein kleiner Zusatzeffekt, der jetzt nicht wirklich wichtig ist, den man halt mitnehmen kann. Also natürlich sollte man die dementsprechend, wenn man es kann, sich machen, weil es halt besser als ein Meduller. Gleiche gilt für den Sacred Snowglobe, von dem ich mir jetzt auch noch den nächsten machen kann. Der ist halt besser als ein, äh, Sacred Jewel, wer also noch mit Sacred Jewel arbeitet, klar, sollte versuchen, das hier zu bekommen. Die sind nicht ganz einfach zu bekommen. Ich habe bei Free-to-Play-Challenge auch noch nicht versucht, sie zu befarmen, einfach weil, äh, ich da momentan an anderen Sachen noch arbeite, die mir persönlich wichtiger sind als die hier, nämlich vor allen Dingen Gems bekommen fürs, äh, Beschwören. Und ich da sehr viel Aufwand reinstecken müsste, die hier zu bekommen. Also von daher, man braucht eigentlich, um die zu farmen, schon ein Doppel-Selnite-Team, sprich eigenen Selnite und Selnite-Freund, oder so oft wie möglich Selnite-Freund, damit man da genug von bekommt. Gut, aber mit halber Energie kostet, braucht man 13 Energie für einen Durchlauf. Das heißt, bei mir, ich kann mit voller Energie 10 Durchläufe machen. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, habe damit heute auch schon Level-Up gemacht und werden wir auch gleich nochmal machen. Ansonsten, hier hautet sich ein Haufen Zeug. Also wirklich ein Haufen Zeug. Ja, connecte man schnell ab und zu, hat er das heute immer noch, dass er so Micro-Lags hat und hier einfach mal ein bisschen braucht, bis er das connectet, was mich doch ein bisschen ankotzt. Aber wo ich auch herzlich wenig gegen machen kann. Ja, wir haben hier für die zweite TV-Commercial, sprich für die zweite TV-Werbung, die kam. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, doch ich müsste es nicht auf Facebook geteilt haben, dass ja die auch teilen soll. Imps und Burstrocks haben wir erreicht, da habe ich gerade... Burstrocks, da mache ich die gescheiße. Die Imps sind ja schon super. Burstrocks, da unten haben wir noch einen Satz-Crystals. Dann haben wir noch diverse Giveaways für Schlüssel und halt den ganzen Zeug von der Thunder-Vortex-Rena. Ich habe da zwischendurch noch mal Burstrocks bekommen und auch noch mal Schlüssel und mehr von der Thunder-Vortex-Rena. Also ihr merkt, das ist hier gerade ziemlich überfüllt. Ich werde einen Teil davon wahrscheinlich einfach mal in Einheiten reinhauen. Aber gerade für die Jewelschlüssel halt keine Verhandlung, weil ich immer noch über eine Million Cell habe. Und wir warten auch immer noch auf die Ergebnisse von Frontier-Hunter. Ich glaube, die sind für den 29. angesetzt. Ja. 29. abends, sprich am 30. gibt es dann die Zeug, wo ich aber noch drauf warte. Ich werde wohl Paris nicht bekommen, aber trotzdem sonst ein paar gute Sachen und vor allen Dingen dann die Möglichkeit weiterzumachen. Und ja, wir werden heute uns mal mit nochmal, mehr oder weniger, der hier um ist übrigens durch. Da gab es für mich, ich habe aus irgendeinem Grund noch eine Electric Blade bekommen. Keine Ahnung, wie ich zu Celebrated gekommen bin. Ich hatte auf einmal, irgendwie bin ich von 5000 auf 6000 Punkte oder irgendwas Punkte hochgeschubt worden. Das kann sein, dass das die ganze Abrechnung für das war, was gefehlt hat, als die ihre Server-Bugs und Lacks hatten und die Sachen nicht richtig berechnet wurden. Aber im Endeffekt, das ist jetzt nicht richtig, weil die Einheit da nichts wert ist, weil wir hatten eine 5-Stelle-Form und die ist nicht besonders gut. Die soll zu einem von eine 6-Stelle-Form bekommen, ja. Aber das sollen viele Einheiten, das heißt nicht, dass sie dann gut werden. Wenn sie eine 6-Stelle-Form bekommt, wenn alles andere eine 7-Stelle-Form hat, dann ist sie halt auch wieder langweilig. Von daher, what so ever. Brauche ich nicht wirklich. Ja, sonst noch vieles halbe Energie außer dem Boy of Heaven, deswegen mache ich den nicht wirklich. Aber hier im Winterglades-Event will ich euch zeigen, wie ich den Auto-Battle kann. Denn wir haben ja letztes Mal ein Team gehabt, was gut darauf ausgelegt war, das zu schaffen. Problem ist, das Team muss immer noch selber kämpfen. Ah, super, der Seldon hat jetzt keinen... Ist kein... Ist kein... Ihr wisst schon. Kein nicht in der Freude-Liste. Generell, Maxwell ist hier nicht die beste Wahl gegen. Für elementaren Schaden ja, aber für... Tatsächlich nicht, weil die Dinger am Ende alle crit-resistent sind. Deswegen können wir auch diverse andere Dinge. Wir können ja auch einfach mal Dosenapfels... Und ja, er hier wäre zum Beispiel Kandidat dafür und sagen kann, die Sphäre ist eine Verbesserung, weil er hat einen Mediulia-Gem drauf und da wäre der Frozen Myth halt einfach stärker. Würde dem... Oh, SPÖ2, das ist leider auch ein Oracle, aber ich denke, man hätte einfach keinen besseren bekommen. Aber trotzdem ist es ja, wenn man sich die Stats anguckt, immer noch saugeile Stats. So ist es ja nicht. Meiner ist Breaker, da bin ich auch selbst von, aber kann man sich halt leider nicht aussuchen. Ja, aber wie gesagt, da wäre Frozen Myth eine deutliche Verbesserungssphäre mäßig für, weil halt dann mehr Death und Recovery und klar, er hat als Oracle schon viel Recovery, aber je mehr er hat, umso mehr heilt er und halt diese kleine Chance auf Babyfill, die jetzt nicht schlecht ist, aber okay. Und das ist sogar ein angenehmes Stage. Wenn in der Mitte ein Fro... ein Frozy ist und drumherum die Donner-Einheiten, dann muss ich aufpassen und die Donner-Einheiten zuerst rausfokussieren, weil das Problem ist. Der Frozy... wie die heißen, die halten unheimlich lange aus. Da brauche ich drei, vier Runden zum Angreifen und dann passiert es mir recht oft, dass mein ganzes Team in der Zeit Dauer gestunnt wird und dann verliere ich tatsächlich auch mal. Also das ist so dieses Einigungs- wo ich aufpassen muss. Ansonsten kann ich jetzt einfach auf Auto klicken. Hab den Fokus sogar da oben hingelegt, nur weil ich's kann und dann machen sie am Imp weiter und prügeln sich da gemütlich durch. Man sieht, Imp schon wird weg. War jetzt nicht allzu schwer zu schaffen, so gesehen. Und werden da... Ja, können jetzt... Es gibt ein paar Stages, wo man denkt, wow, das ist schon hart. Der Punkt ist bei... Und da können wir halt ein bisschen auf ein gehen, das Team-Setup. Ich habe, wie man oben in der Ecke rechts sieht, NASA dabei für Damage Mitigation und BB-Fill. Und ja, hier... Genau, Frosty, so heißen sie. Und da brauchen wir ein bisschen, bis wir die mit normalen Angriffen kaputt bekommen. Und ja, mit BB-SBB ist das kein Problem, aber so dauert es halt ein bisschen. Man muss daher bei der ersten Stage ein bisschen gucken. Ja, NASA dabei, weil wir brauchen Damage Mitigation für den Bosskampf in der allerersten Runde. Da haut der einen richtig harten Angriff raus. Und dementsprechend muss ich dort Damage Mitigation drin haben, wobei ich bin tot. Das ist der Rest nicht unter Grund Wipeout. Und dafür habe ich mich für NASA entschieden. Man kann auch Darvenschell oder Ulu nehmen, klar. Der Punkt ist, NASA gibt halt mehr Buffs als Ulu und Darvenschell. Ich muss hier ab und zu nochmal eine Nase verarzten. Gibt halt mehr Buffs, was dadurch praktisch ist, vor allem das BB-Refill. Darauf werden wir... Das ist halt dann an der Stelle praktisch, weil der Kollege einmal den kompletten Brave Burst wegnehmen kann. Und wenn man dann irgendwie eine oder zwei Runde vorher NASA eingesetzt hat, kriegt man halt noch, wenn man angegriffen wird, BB dazu. Damit füllt man sich deutlich schneller wieder auf. Und auch, wenn man selbst wenn das nicht mit einem kriegt, kriege ich es damit hin, gegen Einzel recht gut, mindestens alle zwei Runden SBB einzusetzen. Im Auto-Battle-Modus. Und das ist halt zuverlässig gut. Das sollte man mitnehmen. Und dazu kommt noch das, warum ich mich gegen Darvenschell entschieden habe. Weil man könnte sagen, Darvenschell macht ja Schaden. Das Problem ist, Darvenschell ist halt Feuer. Wir haben hier einen Wassergegner. Das heißt, Darvenschell macht selbst weniger Schaden und kriegt mehr Schaden ab. Und da könnte es halt passieren, dass er frühzeitig mal verreckt. Und das will ich natürlich nicht. Also habe ich mich gegen Darvenschell entschieden. Und dann für Nasa. Den habe ich sowieso schon ausgeholt. Ich weiß nicht, ob er auf SBB 10 ist. Aber wo auch immer er ist. Funktioniert super. Kann ich mich nicht beschweren. Macht hier seinen Job einwandfrei. Und dann, na klar, als Anführer Zell Knight. Weil Zell Knight gibt den dicken Bonus auf Item-Drop-Rate. Sowohl als Leader-Skill als auch noch mal als Brave-Burst. Dann Kuda mit drin, weil er halt selbst vier Schaden macht und Attack- und Crit-Rate-Buff gibt. Crit-Rate sind die Gegner zwar immun am Endkampf, aber halt auf dem Weg dahin nicht. Da kann man es gebrauchen. Und der Attack-Buff allein und die hohe ATK ist schon viel wert. Dann halt Elsa für den hohen Spark-Buff und den guten Schadensangriffe. Und Axel aus zwei Gründen. Zum einen für Status-Himmunität. Weil, gut, im ersten Kampf hatte ich es ja gerade schon angesprochen, passiert es einmal, dass er mal in Dauer paralysiert wird, wenn man da halt noch kein SBB am Anfang hat und nicht die richtigen Ziele nimmt. Für alle anderen Kämpfe danach könnte das in der Theorie ja auch passieren, weil die Gegner mehr als eine Runde überlegen. Und da ist halt Axel gut, weil er steht einfach sicher, dass wir da nichts von bekommen. Und natürlich ist er halt ein Donner-Element. Wir sind hier in einem Wasserdungeon, das heißt, er macht gut Schaden daran. Hat auch 24 Angriffe im SBB. Damit haben wir bei Elsa 30, bei ihm 24, bei Kuda 24. Gut, Nasa hat keinen Angriffs-BB und Selnite, weiß ich die genaue Anzahl nicht, hat aber halt noch mal dicke Boni. Also damit schaffen wir es sehr gut im SBB zu halten. Dann kommt noch dazu Kuda, der nochmal einen Bonus auf PB Refill, glaube ich, gibt, oder BB Requirement gerade und halt ein zweiter Kuda oder auch eine gute Anzahl an Angriffen hat. Damit kriegt man es halt sehr zuverlässig hin, hier durchgehend auszutreten. Man kann auch einen Maxwell-Freund mitnehmen, wie gesagt, der Crit bringt einem am Boss-Gehner nichts, aber natürlich der elementare Vorteil schaden, hilft Axel nochmal weiter. Und man hat natürlich auch den Vorteil von 33 Angriffen von Maxwell selbst. Aber ich wollte hier halt explizit auch zeigen, wie es auch ohne den Maxwell im Autobattle problemlos geht. Wenn ihr diese oder ähnliche Einheiten habt, dann wichtig ist, dass man einen Selnite hat oder zumindest einen Jack Frost für die Item-Drop-Rate, auch wenn Jack Frost halt nicht so gut ist, einen Damage-Mitigator optimalerweise NASA. Dann zweite Wahl wäre bei mir Olu und Davinshell tatsächlich letzte Wahl. Wobei Davinshell, wenn man ihn als Freund durchaus mal mitnehmen kann zur Not, weil er dann auch noch Status-Ummunität gibt, dann braucht ihr halt irgendeine Einheit für Status-Ummunität. Lieblingswahl auf jeden Fall Axel, weil er halt viel Schaden an Wasser macht und selbst weniger Schaden nimmt. Und da sieht man es jetzt, jetzt kommt Whiteout, wir haben Damage-Mitigation und sind damit halt halb tot, aber leben noch. Zweite Wahl, die sehr gut ist, Melchio, weil er halt immer noch Donner-Angriff im SBB hat. Aber es gibt ja noch ein paar mehr, die diesen Effekt haben. Ulkina zum Beispiel könnte man nehmen, aber das Problem, dass er ein schwaches Element hat. Oh, da gibt es insgesamt ein paar Möglichkeiten. Und brauche ich da natürlich noch ein paar Fülle-Einheiten. Sei es jetzt Kuda oder Elsa, da könnt ihr natürlich was anderes nehmen, wenn ihr zum Beispiel einen Luca oder nicht einen Luca, doch Luca geht auch für Attack-Buff. Orna ist hier auch sehr gut, weil sie halt allen Donner-Elementen hinzugibt. Gleiches gilt für Lodi, da kann man halt ein bisschen abhängig davon, was man an Einheiten arbeitet. Ich habe halt niemanden mitgebracht, der mir Donner-Element gibt. Wenn ich da jemanden hätte, würde ich wahrscheinlich hier noch auch gut durchkommen. Also von daher gibt es da durchaus Optionen, aber ich wollte halt Kuda als Attack-Buff mitnehmen. Sonst hätte ich da wahrscheinlich Orna reingepackt und mit der gerockt. Das geht alles. Wichtig ist halt noch, wenn man hier so eine Runde sieht, alles normale Angriffe. Dadurch, dass wir einen Selenheit-Anführer haben, haben wir eine erhöhte Herzkristall-Drop-Rate. Und damit sieht man es, wir heilen uns hier fast alle Probleme wieder voll. Wenn man Runde, in denen man noch einen Selenheit-Freund mit hat, sind da top. Da hält man sich ohne Probleme komplett voll. Einfach durch die hohe Anzahl an Herzkristall-Drops. Und wenn Selenheit seinen SBB einsetzt, sind sie sogar noch mehr. Und man sieht es jetzt gerade, wir sind hier wieder in der zweiten Runde oder in der Wechselrunde. In der letzten Runde hatten wir kein SBB, jetzt haben wir alle eingesetzt. Und damit halt zuverlässig wieder Mitigation an und viel Schaden gemacht. Haben ihn weg, wie man sieht. Und hätten uns auch wieder komplett vollgehalt. Das ist wie gesagt der Selenheit-Effekt. Deswegen ist Selenheit, das ist der Hauptgrund, warum Selenheit als Anführer so unheimlich geil ist. Vor allem hinterher für Trials, weil er halt PC-Drop-Rate erhöht, Item-Drop-Rate erhöht, die man in Trials dann ja auch ordentlich in Trials in Raids meine ich Raids, weil man ja auch Zeug sammeln will und die Möglichkeit hat, Herzkristalle dadurch wieder hochzubekommen. Hat man halt so einen All-Around-Leader, der irgendwie nie verkehrt ist. Er ist vielleicht in allen Bereichen nicht die höchste Wahl, außer bei Items, aber er ist halt nie verkehrt. Er heilt die Leute mit, er sorgt für gut PC-Drop. Kann man sich nicht überbeschweren. Ja, was haben wir bekommen auf dem Zeug? Snow-Crystal sind das kritische, davon habe ich jetzt zwei. Das Beste, was ich bekommen habe, sind fünf. Teilweise bekommt man auch nur einen. Da wirkt es tatsächlich, weil man mehr Zeug-Nights mit hat. Also in Runden, in denen ich doppel-Zeug-Nights habe, habe ich meist vier. In denen, wo ich nur meinen eigenen habe, weil meine Zeug-Night-Freunde aufgebracht sind, habe ich so ein bis zwei Snow-Crystal. Das sind die Dinger, die zum Craften das kritische sind, weil man von denen am wenigsten bekommt. Im Verhältnis zu denen, was man braucht, also Snow-Jam, Miracle-Frost und Snow-Flex habe ich eigentlich immer genug. Können wir auch gleich noch einen Blick drauf werfen. Außerdem kann man hier auch Imps farmen, was sehr cool ist. Also gefühlt jeden fünften Run kriegt man ungefähr einen. Und da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, kriegt halt mehr Imps dazu. So Rate ist okay, ist jetzt nicht super hoch, aber ist so in Ordnung. Wo haben wir es denn? Sphäre nochmal, da kann ich aber schauen, wie viel ich für den jeweils noch brauche, auch weil ich dann wieder ganz durchlaufen muss, was ein bisschen anstrengend ist, weil ich meinen neuen Handy-Halter verwendet. Der ist super geil, aber er ist ein bisschen wackelig, was für solche Sachen unpraktisch ist. Ansonsten super cool, weil ich nicht mit so einem Kopf unten auf den Tisch und am Mikrofon vorbeigucken muss, weil ich kann direkt vor dem Mikrofon sitzen und sehe das Handy direkt dahinter. Das ist saugut. Ja, Sacred Snow Globe bräuchte 35. Ich habe jetzt wieder 2. Aha, ich war vorher auf 0, interessant. Ich dachte, ich hätte noch ein paar mehr gehabt. Frozen Myth braucht nochmal, ich glaube, 50, genau. Also dementsprechend viele braucht man. Das kann dementsprechend lange dauern. Ich werde jetzt sehen, dass ich genug sammle für den zweiten Frozen Myth und dann mal schauen, wie viel Zeit halt auch noch ist in den nächsten Tagen, von wie viel ich da noch machen kann. Natürlich empfiehlt es sich immer Level-Ups mitzunehmen, da wird man halt A, Level Up ist immer gut und B, man kann dann halt noch mehr machen. Und ich würde halt wirklich empfehlen, ja, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass es dieses Add Chance auf BB Go, Boost when Damaged, dass das so unheimlich schwach ist, aber der restlichen Stats sind halt nicht schlecht. Also, wer sonst mit Euler Gem Arbeit auf seiner Einheit, der hat hier halt auf jeden Fall eine Verbesserung und wenn man es farmen kann, mit Hyper-Energie kann man es halt gut machen. Man hat dann gutes Energie zu Kostenverhältnis, also Energie zu XP-Verhältnis. Man hat halt die Chance zwischendurch noch Ims zu farmen, was hat auch sehr viel Wert. Ich kenne Leute, die haben, wie heißt das, The Speechmaker, das ist der Dungeon, den man Surg findet, irgendwie ein paar hundert Mal gemacht, in der Hoffnung, dann ein Ims zu finden und haben insgesamt drei Ims bekommen oder sowas und haben es trotzdem mal weitergemacht, einfach weil sie sich dachten, ja, irgendwas muss ich ja machen und da kann ich Ims farmen, auch wenn die Chancen gering sind. Hier sind die Chancen für Ims wesentlich höher, sodass sich das auf jeden Fall mehr Lohn ausnehmen. Kann man auch ein bisschen Karma verbrauchen, wobei ich davon eh zu viel, zu viel Vorrat habe, das ist doch ziemlich egal. in der nächsten Zeit dann noch weitermachen. Ansonsten vergesst nicht, 28. Das ist jetzt der Sonntag, sprich, wenn das hier Video herauskommt, wahrscheinlich schon morgen einzuschalten. Startuhrzeit zwischen 15 und 17 Uhr liegt so ein bisschen dran, wie lange ich schlafe und was ich vorher noch geschah, alles sonst zu schaffen will. Schaltet ein, wir werden da beschwören, ihr seht ja, ich habe reichlich Gems da, die werden dann verbraucht, obwohl ich natürlich hoffe, dass ich möglichst früh sie bekomme und mich dann auf der sicheren Seite fühle, will aber eigentlich alle drei von denen haben und ja, ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen und hoffe, man sieht sich dann am Sonntag. Bis dann Leute, macht's gut.